Woh, woh, woh. Okay, wir bleiben beieinander, wo wissen Sie? Beieinander bleiben. Dieser Stein steht jetzt wieder hier. Das ist der Stein vom Video. Okay, der Stein steht also schon wieder. Ich habe ihn auf dem Videoband zum Stehen wiedergebracht. Jetzt steht er hier auch wieder. Jetzt unternehmen. Hey, ich habe das Logo schon gesehen. Das war, wo die Lenden ging. Das ist wertvoll. Vielleicht werden wir endlich ein paar Antworten bekommen. Ah, nicht zuschneiden wieder, ne? Das wirkt wie eine Art Altar hier. A dog tag? Where did... No, no, that's impossible. Yeah, yeah. Let's move on. Palmer Allen T. Jüdisch. Wer soll das denn sein? Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich rüste mal lieber die Taschenlampe aus. Das sieht alles interessant aus hier, was hier gerade passiert. Elisha 5, komm in! Elisha 5, das ist Monarch. Hier! Elisha 5, du kommst... Was? Wer ist das? Noch ne Hundemarke. Noch ne Hundemarke. Noch ne Hundemarke. Was? Okay. Das ist doch ein Highway-Schild hier irgendwie. Das ist aber auch arabisch und was weiß ich was für Schild. Ne, das ist jüdisch. Elisha 5, komm in! Elisha 5, komm in! Elisha 5, das ist Monarch. Eскpreneur für Mac. Eiziger 5, Marco... Eingang. Einer Tag live tram? Perfektivium. Einer Tag rusion? Zumceden Tan Taiwan.. Da vorne brennt es so wie es aussieht? Was ist denn da, Junge? Was haben wir da? Da ist was, ne? Bleib mal ganz ruhig. Bleib mal ganz ruhig. Ganz ruhig, Junge. Ganz ruhig. Alles ist okay. Und das hier, so ein Kasten, du? Das ist der Kasten, ne, oder? Was ist denn jetzt los? Was bedeutet das? Komm her. Da komm ich. Junge, du musst mitkommen. Jo. Ja, ich weiß. Ist nicht schön. Ich hab auch meinen Sicherungskasten verloren. Ja komm, Digga. Alles fein. Alles fein. Ja, ich weiß es doch. Guck mal, ja. Ja, ja, ja. Was rennt er? Na komm doch jetzt. Ich kann nicht ohne dich weiter. So. Wird's wahrscheinlich müssen, ne? Ich weiß, buddy. Ich weiß. Na komm schon. Ich bin doch bei dir. Und du bist bei mir. Alles wird gut. Ach, weißt du was. Ich geh ohne dich weiter. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh. Oh. Ja, für dich ist besser, ne? Für mich aber nicht. Komm, 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 komm. Oh. 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 Oh nein, muss ich zurück ihn holen. Oh. 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 Ah, da ist er. Feiner Hund. Vielleicht später. Haha, okay. Komm schon. Weiter. 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 Komm her. Mir geht's nicht gut, hab ich das Gefühl. So. Darüber vielleicht. Oder. Hier irgendwie noch was angucken. Oh ja, Liga. Wo bist du? Ja, hallo. Kein richtiger Zeitpunkt. Ach je. Der Hund ist da am ausrasten. Ich geh da rüber. Jawohl. Komm her. Darüber? Komm, machen wir mal. Wir machen das einfach. Du bist der? Und? Ja, komm, 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 komm. Du hast ja recht. Komm her. Wo ist er denn? Ach, da. Was meinst du darüber? Okay, der hat irgendwie... Kriegserlebnis da. Definitiv. Und ist er zur Polizei gegangen und ist mal ausgerastet. Bart. Auch noch Bart. Komm, wo lang gehen wir? Darüber? Sollen wir da lang gehen? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Da brennt's. Was sagst du? Muss noch mal lang. Hm? Ja, ja. Nicht so viel Auswahl jetzt grad, ne? Wir gehen da rüber. Okay, alles gut. Ja, ja. Gut. Wo bist du? Da bist du. Ist doch doch was. Wir müssen rennen. Wir müssen rennen. Oh, wow, wow, wow. Okay, wir bleiben beieinander. Wo bist du? Beieinander bleiben. Ok. Depp. Wo Rus fasc 对. Die. 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 In's müssen. Komm her! Wo ist er? Wo bist du? Komm, zeig mir, wo das böse ist. Na komm, du musst schon ein bisschen bei mir bleiben. Musik wird irgendwie auch nicht besser, ne? Wo ist er, der Hund? Ist hier was? Ne. Komm, ganz ruhig. Wir gehen ganz langsam vorwärts. Komm, es ist nicht mehr weit. Da vorne ist ein Schild, oder was weiß ich. Komm! Guter Junge, ganz, ganz weit. Will ich ja gar nicht. Ich glaube, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Wenn wir da durch sind, dann sind wir, glaube ich, einigermaßen. Bäm. So, was probieren? Einfach mal da durch rennen. Sieht gut aus. Aber er will hier lang. Interessanterweise nicht hier durch. Oder? Komm, wir gehen hier durch. Wo ist der Hund? Wo ist der? Wo ist der Hund? Der Hund? Oh, das ist der Hund. Ich hab' den Hund. Ich hab' den Hund. Wir wollen vielleicht rennen? Komm, wir probieren. Rennen. Hier! 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 Was ist das? sehr gut, sehr gut, bis da ich denke, wir müssen da lang, irgendwie, habe ich das Gefühl, ne aber wir lassen den erstmal da weiter, hier, durch, ulzen und jetzt so ich glaube, da lang ist auch gut, ne es sieht zwar so aus nein ich kann ja, kann ich irgendwas ausrüsten, ne ich kann jetzt hier nur durchlaufen so, also was hier lang, dort lang, ich weiß gar nicht ist das hier so, Layers so 4 mäßig, so ich entscheide mich in welche Richtung ich laufe und je nachdem wird es dann nicht so gut oder besser was wäre wo muss ich hier wieder raus ja, wo lang denn nun ist ja denkbar schlechte Idee, direkt ins Feuer zu gehen, ne ja, was, 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 was kann ich denn nicht, muss ich hier überhaupt was können da wie tef ui jo 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 ja der ist jetzt fertig, ey jo Oh, okay. Okay. So, jetzt weiß ich nicht, erwürgen wir den Hund jetzt gerade, oder? Jo, jo, ach hey. So, sind wir jetzt wieder. Ich bin okay. Ja, ich bin okay. Good boy. Good boy. Hast du da wieder was gefunden? Huh? Ja, ein guter Hund. Ah, okay. Da oben was? Was? So, wo gehen wir denn jetzt hin? Sag mal. Du bist ja gut ein Tier. Okay. Haben wir da was? Na komm, Junge. Oh, eigentlich wollte ich ja sagen, such. Okay. Nicht geklappt in dem Fall. Komm schon. Ich weiß jetzt auch nicht, wo lang. Oder wir gehen einfach irgendwo hin. Wo ist er denn, kommst du mit? Ah, da ist er ja. Hm? Oh. Wieder ein Foto. Wieder ein... Wä... Wä... Äh... Okay. Can-sil... Pennsylvania? Nein. Purs... Kann ich nicht lesen, was da steht. Gut, 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 feiner Hund. Ja, ja, wirst ja schon gelobt. Komm. Good boy. So. Und jetzt such mal was hier. Ach, Mensch. Irgendwohin musst du mich doch führen können, hm? Soll ich mal das Licht ausmachen? Vielleicht findest du... Und... Vielleicht findet sie uns dann. Wenn wir das Licht nicht anhaben. Ich renne jetzt einfach mal. Okay, also es passiert zumindest mal was. Fuck. Wir müssen noch einen anderen Weg finden. Ha. Echt jetzt? Kann ich da nicht runter? Ich könnte da schon runter, glaube ich, ne? Aber ist ja doof. Ja. Oh, da ist ein Schild. Warte. Ist das ein Rettungsweg? Ich kann sehen, wo es geht. Komm hier. Wo ist er? Wo soll man hingehen? Was sagst du? Hm? Schauen wir mal nach Camp A. Komm schon. Wir haben ja Zeit. Viele, viele Stunden. Was war jetzt das? Was war jetzt das für ein Symbol? Was war jetzt das für ein Symbol? Was war jetzt das für ein Symbol? Ich habe eine Nachricht gekriegt. Warte, lass mich die doch erst mal. Schau mal nach mir. Warte, hier, buddy. Ja. Daddy guckt sich nur eine Nachricht an. Ah, ich habe das Katzenbild drauf, das ich vorher installiert habe. Toll. Schön. Ähm. Nachrichten. Ja, toll. Ich habe nur ne... Wie höre ich denn Sprachnachrichten ab, bitte, auf dem Ding? Ja, weiß nicht. Echt nicht. Oder soll man die sich gar nicht anhören? Ich weiß es nicht. Aber es geht auf jeden Fall nicht. Bullitt! Komm mal, schau mal nach, boy. Such mal weiter. Ich weiß nicht, was da mit den Sprachnachrichten soll. Oder muss ich irgendwie was anders machen, dass ich die abhören kann? Oder geht's halt einfach nicht? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Können wir nichts machen. Okay. Undi! Ja, ich bin hier. Komm. Rellkart. Halt! Wo ist er? Mein Hund, da. Aha. Kann ich damit jetzt? Echt jetzt? Triebwagen, Modell TF2153C, hergestellt von der Cuthbert Eisenbahn, von den Cuthbert Eisenbahn-Werkstätten. Richtungshebel, Hauptschalter, vorwärts, rückwärts, Bremshebel. Hauptschalter, vorwärts, rückwärts. Okay. Ja, ja, ja. Los. Bremshebel. Oh Gott. Das wird bestimmt eine Geisterbahn. Okay, ich kann also auch bremsen. Ohohoho, jetzt bin ich aber sehr gespannt, ey. Ich kann also auch rückwärts fahren? Nee, nee, alles in Ordnung. Oh, das geht mir ein bisschen zu schnell. Ehrlich gesagt. Oh, mein Hund. Ist der eigentlich Hund eigentlich hier? Ja. Okay. Okay, das ist ein Generator hier. Der erzeugt Strom. Jetzt geht es auf die Eins zu. Es wird spät. Das ist ein Generator. Das ist ein Generator. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020